Und deswegen sagt diese Worte werden Ahmed zugeschrieben. Ich weiß nicht, ob das aber richtig ist. Er sagt, Das ist ein Stroph aus einem Gedicht. Er sagt, wenn du mal eines Tages einsam und alleine bist, dann sag nicht, ich bin alleine. Aber sag, über mich hütet ein Wächter. Und deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam auch, das ist der beste Iman, den man haben kann. Das ist der beste Iman, den man haben kann. Und er sagte, Der vortrefflichste Iman ist, dass du weißt, dass Allah mit dir ist, wo auch immer du dich befindest. Das ist der beste Iman, denn das ist die Ursache des Imans. Und diese Erkenntnis, diese kämpft natürlich auch aus einer Form von Bewusstsein, aus einer Form der Erkenntnis um Allah und der Ehrfurcht vor ihm. Na. Na. Untertitelung des ZDF, 2020